Wie fies! Oh nein, Jay! Scheiße, sorry! Hallo, hallo! Herzlich willkommen im Stream! Und Jimmy ist noch im zweiten Stock, das heißt, wir sind erstmal, glaube ich, safe. I hope! Geht da einfach ne Tür auf! Scheiße! Jay meinte, letztes Mal ist es okay. Fuck! Fuck! Was sollen wir tun? Scheiße! Der versperrt uns den Weg, der Dude! Du Dovi! Ich weiß jetzt halt nicht, ob der da noch ist oder nicht, Menno. Da geht's raus. Ich kann sagen, wehe Jimmy jetzt! Wie, Jimmy ist jetzt da! Jimmy ist da! Jimmy ist da! Äh, wir sind... Oh! Ah, ich hör Jimmy. Okay. Wir gehen lieber runter. Wir gehen nicht runter! Können wir... Nein! Dreh dich um! Geh zum Fahrstuhl! Ah! Rein, 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 rein! Uh! Ich würd echt gern wissen, wie der Algorithmus der... Oh! Fuck! Fuck, 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 fuck! Warum? Oh mein Gott! Nein! Warum wusste er denn, dass wir da drin sind? Oh, bitte guck nicht ins Bad! Bitte guck nicht ins Bad! Als ob... Ich geh trotzdem nochmal hoch und guck, ob er jetzt vielleicht nicht mehr da ist. Ja! Als ob... So ein Penner! Steht der da einfach und wartet und bewegt sich keinen Zentimeter weiter. Da rein? Nee. Oh! 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 Oh mein Gott! Och-i! Einen wunderschönen guten Abend, liebe Ochi und liebe Ochi Nauten. Das, Jason, das war gerade sehr unerwartet. Ich will mich nicht umdrehen. Pfeil zeigt da lang. Hier hin. Echt jetzt. Mitten im Gang. Oh mein Gott. Ich krieg zu viel. Jetzt aber schnell. Leute! Mein Herz. Aber da ist so ein ganz bisschen Zucker drin und das trocknet den Mund mega aus. Ich will wissen, was das ist. Als ob der da immer warten tut. Scheiße. Mann. Blöder Jimmy. Wieso bin ich denn jetzt in 302? Der hast du gerade weggesch... Oh, toll. Okay. Gut, dass du aufgepasst hast. Weg, weg. Was Katzegard meinte, fand ich uncool. Je weiter wir voranschreiten, desto höher ist die Chance... Geh weg. ...dass er einfach irgendwo spawnen tut. Hier ist doch niemand. Da kannst du mein Atem durch das Guckloch verspüren. Ich hätte mich nicht gewundert, wäre Jimmy noch da gewesen. Okay, tschüss. Wir drehen die Runde. Konnte man hier die Runde drehen? Ich glaube, oder? Sag mir, dass man hier die Runde drehen konnte. Das war nicht, was ich wollte. Nein. Scheiße. Scheiße. Geh mal in den Schrank. Juhu. Er ist da. Oh mein Gott. Gut, dass ich in den Schrank gegangen bin. Es gab... Geh sie weg. Bitte. Das ist privat. Ich geh mal raus. Was soll schon passieren, ne? Wo müssen wir eigentlich hin? Ich hab Angst. Ich will das nicht. Entscheide dich mal, Pfeil. Ja! Also ob... Jetzt, jetzt, jetzt kann der sogar schon rennen, wenn wir uns einfach von ihm wegdrehen. Alter. Wie fies. Oh nein, Jay. Scheiße. Sorry. Lilith, bist du sicher? Ja. 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 Oh, Leute. Danke für dein Follow. Markipoy, danke schön. Hätte ich jetzt gedacht. Wahrscheinlich erschrecke ich mich gleich wieder. Sag ich doch! Er steht jetzt genau vor der Tür, glaube ich. I'm here! Dreh dich um, dreh dich um, dreh dich um, dreh dich um. Los, 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 los. Nimm die Beine in die Hände. In den Schrank rein. Okay. Das war jetzt irgendwie überraschend schnell. Ich hab nicht damit gerechnet, dass das geht. Ja. Was? Was? Als ob der jetzt einfach wieder aus der Tür raus ist. Hä? Aber hier ist noch rot. Wie langweilig ist der denn? Mensch. Oh, okay, der hat uns verarscht. Er hat uns verarscht in dem Vorhaben, ihn zu verarschen. Verdammt, ist der schlau. Es wäre cool, wenn bei so einem Spiel irgendwann die Möglichkeit besteht, seinen eigenen Namen einzubauen. Oh Gott, oh Gott. Mein Knie. Wenn du schon mal hier bist, kannst du ja in 105 gucken. Oh Gott. Was war denn in 105? Ich würde also gern weiter mit dem Reden. Ich will hier nicht rumrennen. Rose hat aber Dr. Bows. Jimmy the Bonkle. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Grüße mich. Hallo Jimmy. Ah, habe ich gehört aus dem Hotel? Okay, das weiß ich nicht mehr genau. Oh damn. Oh mein Gott. 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 Oh mein Gott.